Vielen herzlichen Dank, lieber Joshua. Ich stehe hier mit Gino Nehmer, dem Polsetter aus der Klasse Rockmini. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der erste Polsetter im Jahr 2017, der erste Polsetter HCV Kart Nationals. Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich gut an. Du musst ein bisschen näher ran. Es fühlt sich gut an. Dann ist man auch auf einem sicheren Weg zum Rennen. Und dann kann man sich auch sicher sein, dass es gut wird. Es ist natürlich mit Sicherheit jetzt auch ein schönes Gefühl, ganz vorne zu stehen. Gleich im ersten Rennen. Die Nervosität wird mit Sicherheit dann hochgehen, oder? Ja. Wie wirst du denn an das Rennen hineingehen? Es ist ja mit Sicherheit auch ein schönes Gefühl, ganz vorne mit dabei zu sein. Du wirst dann, wenn das Rennen losgeht, ein gewisses Gefühl haben. Wie fühlt sich das an, ganz vorne zu stehen? Also, ich werde mich natürlich konzentrieren. Dann werde ich gucken, wenn jemand, der sehr, sehr schnell ist, und dann werde ich mich dahinter klemmen und dann im Windschatten versuchen, die ganze Zeit dran zu bleiben. Super. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und viel Erfolg für das Rennen. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für das Rennen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.